Mein moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge hier bei Let's Play Hypixel Skyblock. Und zwar waren wir in der letzten Folge schehen geblieben, dass wir die Wolle für unseren Carpenter sammeln. Und ja, da wollte ich mit euch einfach mal weitermachen und euch zeigen, wie ihr die ersten Quests auf jeden Fall mal rumkriegt und wo ihr alles einfach findet. Und ja, wir sind in der letzten Folge auch noch stehen geblieben, dass wir von der Farm hier rüber in den Bahn gesprungen sind. Ja, hier werden wir ganz normal weitermachen. Wir haben hier von dem Farmer ja eine neue Questplan bekommen, Talk to the Farm Hand. Ja, das werden wir jetzt schnell mal machen und zwar laufen wir dazu einfach mal hier in die Mitte. Hier steht ein Villager namens Farm Hand. Wir klicken den einfach mal an. Ja, wie wir sie schon sehen, kriegen wir eine neue Collection, ein Collection Leveler ab und zwar für das Weizen Level 1. Unsere Belohnung ist ein Weed Minion, also ein Weizen Minion und also das Rezept dazu. Und genau, so braucht man den dann, wenn man den haben möchte. Ich empfehle es auf jeden Fall, jeden Minion zumindest einmal zu bauen und den mal soweit hochzuleveln bis zu einem bestimmten Bereich. Und zwar sagt der Farm, beziehungsweise, jetzt machen wir mal weiter mit den Quests hier. Genau, der Farm Hand sagt, welcome to the, also willkommen zum Bahn, fühl dich frei und baue, beziehungsweise, farme alle Samen, beziehungsweise, Sachen, die du halt brauchst. I'm taking a break. Also er macht eine Pause. Did you craft, also wenn du einen Weizen Minion craften möchtest, hier ist das Rezept und hat uns quasi dann dieses Rezept gegeben. Genau, wir müssen jetzt erstmal einen Weizen Minion farmen und dazu brauchen wir, wie wir schon gesehen haben, jetzt öffne ich nochmal das Rezept hier. Wir brauchen für den Weizen Minion einmal 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Weizen und ja, quasi eine Sense. Gut, dann farmen wir uns als erstes mal das ganze Weizen hier. Hier ist ein öffentliches Gebiet, hier kann jeder farmen. Also, wenn irgendwie gerade ein Spot nicht frei ist, ihr könnt gerne, gerne, gerne die Lobby wechseln. Das ist ganz einfach. Geht dazu einfach hier hin. Ach ja, warte, das ging ja hier nicht. Ihr geht einfach quasi in das Villager-Gebiet, aber ich zeige euch das später, wie ihr die Lobby wechseln könnt, um quasi dann in Ruhe irgendwie eine Lobby zu finden, wo man halt einfach in Ruhe farmen kann, weil es meistens hier ziemlich überfüllt ist. Hier sind ziemlich alle Neulinge, die wo gerade ein Neuanfang, beziehungsweise ein neues Profil gestartet haben, so wie ich jetzt eben auch. Aber ich bin es schon gewohnt vom Anfang, also nehme ich das jetzt nicht ganz so eng und werde hier einfach ganz normal das farmen, was ich halt noch kriege, da wir sowieso nicht allzu viel brauchen. Also, wir haben jetzt 60, 70, wir haben jetzt eh alles zusammen. Wir müssen uns jetzt noch eine Sensor craften. Die machen wir mal eben auch. Und zwar geht das zwei Sticks und zwei Holz. Genau, ich habe eins zu viel. Dann, ähm, hier einmal. Ich mache das mit dem Links-Klick-Funktion, ziehe das einmal rundum und habe den Weed-Minion. So, jetzt haben, jetzt wie wir gesehen haben, auf der rechten Seite ist diese Quest schon mal weg und wir sollen wieder mit dem Farmhand reden. Das machen wir gleich mal direkt. Ähm, genau. Wir haben jetzt ein Enchanted Bread bekommen und zwar, ähm, verschnellert das unser Minion für 12 Stunden um 5%. Ähm, genau. Die können wir jetzt einfach mal nehmen. Ist für den Anfang nicht schlecht. Ähm, da man doch ein bisschen was braucht. Genau. Ähm, nett. Und ich habe ein Tier 10 Minion, also Weizen-Minion, auf meiner, äh, on my own. Also auf meiner eigenen. Ähm, vielleicht kannst du es auch irgendwann erreichen. Ähm, aber für jetzt, äh, nimm erstmal dieses, äh, verzauberte Brot, ähm, to get you started. Also für den Anfang halt einfach. Äh, verzaubertes Brot kannst du benutzen, um deine Farming, äh, Minions, ähm, als, als Tank halt quasi zu benutzen. Und das macht es temporär, äh, schneller. Also arbeitet halt temporär schneller. Genau. Ähm, gut. Jetzt haben wir Collect Farming Resources. Ähm, wir müssen jetzt, ähm, Farming Resources sammeln. Und zwar steht es hier leider nicht genau. Hier müssen wir in diesen, äh, Chatlog gucken. Collect Potatoes, Carrots, Melons and Pumpkins. Also wir müssen, ähm, vorerst mal Kartoffeln, Krautten, Melonen und Köbisse sammeln. Und das finden wir halt, halt alles auf dieser Insel. Und zwar finden wir, ähm, ähm, Kürbisse zum Beispiel hier schon mal. Genau. Jetzt haben wir, ähm, die, ähm, Kürbis, ähm, Collection freigeschalten. So, hier finden wir zum Beispiel, ähm, die Melone. Da haben wir die Melon Collection freigeschaltet. Ich klicke mal drauf, um euch das bisschen zu zeigen, was alles, äh, möglich ist. Eben wie auch Kürbis Minion mit 40 plus, nicht mit 50. Und dann alles weitere, also hier Kürbishelm, Just Played, Leggings, Boots, ähm, hier, ähm, verzauberten Kürbis, Enchanted Book, also Kubisten 5, äh, 4. Dann, äh, Train, Trainee Dummy, also das ist so, quasi so ein Dummy, wo man aufstellen kann, wo man Schaden machen kann, um zu gucken, wie viel Schaden man denn macht. Ein Farmer Orb, das ist, ähm, so ein Extra, was man dann, ähm, zusätzlich kriegt. Zum Beispiel hier, ähm, erhöht die, ähm, ja, ähm, erhöht die, ähm, ja, ähm, erhöht den Wachstums, äh, die Wachstumsrate aller nahen gelegenen Crops, also Samen und, ähm, und auf dem, äh, Public Island, also auf dem, auf der Insel, wo wir jetzt gerade sind, und, äh, Recrowing an Extra Crop Every Three Seconds, also, ähm, quasi, ähm, wie soll man das sagen, also es wächst, ähm, ein Extra Samen alle drei Sekunden. Genau. Gut. Dann, ähm, hier geht's mal weiter, dann haben wir den Lantern Helmet, der einen kleinen Boost gibt, auf jeden Fall, ähm, aber darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, auf jeden Fall, ähm, haben wir hier schon mal die, ähm, Pumpkin, also die Kürbis Collection, hier haben wir Melon Collection, hier brauchen wir 250 Melonen, um, äh, die Collection, also den Minion frei zu schalten, äh, frei zu schalten, eben weil wir von den Melonen halt relativ viel bekommen, deswegen auch der hohe Unterschied. Dann kriegen wir hier 50 Farming-EP und, ja, 125 Farming-EP mit verzauberter Melonen, ähm, Glittering Melon ist dann auch nochmal so ein Item, genau. Dann geht das weiter, Melonenblock, ähm, also da gibt's relativ viel und, äh, ich muss aber ehrlich dazu sagen, ich hab bis jetzt noch keine Verwendung gefunden, großartig für die Melonen eben, außer dass man die verkauft, wenn man da relativ gut Geld machen kann nebenbei, ähm, wenn man sich da eine große Farm auf seiner Insel aufbaut, genauso wie von den Kürbissen. Dazu habe ich schon einmal, ähm, ein Video gemacht auf meinem anderen Profil, wo ich euch einfach mal in meine tägliche Routine mitgenommen habe und, ähm, da war auch unter anderem eben dabei, dass wir die ganzen Kürbisse farmen und man kriegt echt wirklich, wirklich gut Geld dabei raus, wenn die Farm einigermaßen recht groß ist und, ja, deswegen, wenn euch das auf jeden Fall interessiert irgendwann, schaut euch mein Video an, aber ich denke, ich werde dazu nochmal, ähm, so ein kleines Video machen, ähm, und genauer darauf eingehen, wie wir das aufbauen, wie wir das alles machen und, ähm, wie wir am besten den Profit rausziehen. Genau, ähm, gut, dann farmen wir auf jeden Fall noch ein paar Melonenblöcke, also Melonenblöcke. Ich weiß nämlich nicht genau, wie viel wir von was brauchen, deswegen nehme ich da jetzt mal ein bisschen mehr mit, ähm, um einfach da, ähm, ja, alles im Ding zu halten. Zauern zu halten, ähm, ich habe jetzt eh schon fast ein ganzes Deck, dann nehme ich mal noch ein paar Kürbisse mit. Ich, ich habe es leider nicht mehr ganz im Kopf, also, ähm, verzeiht es mir, wenn ich es jetzt nicht genau weiß, ähm, gut, dann lassen wir das mal. Hier können wir zum Beispiel, äh, Schweine töten, hier haben wir jetzt, ähm, zum Beispiel die Raw Pockchop, äh, Collection, also das, ähm, Schweinefleisch freigeschalten, ähm, was auch recht, ähm, recht interessant ist, und zwar ist es dieses Pigments Mord, das ist halt, ähm, relativ weit hinten und wir brauchen auch recht viel Ressourcen, also wir brauchen insgesamt 48 Grill, äh, also verzaubertes Grilled Pork und, ähm, das kriegen wir natürlich erst dann hier zum Beispiel bei 10.000 Porkchops, also Schweinefleisch kriegen wir erstmal das Rezept und, ähm, hier Enchanted Pork zum Beispiel kriegen wir die verzaubertes Schweinefleisch ganz normal, also ungegrillt und wie wir schon sehen brauchen wir hier ganz, ganz viel verzaubertes Schweinefleisch und das dauert richtig, richtig lange das zu farmen, also es gibt beim, bei der Zombie Collection auch ein Schwert, was relativ lange dauert, ähm, zu farmen, ich bin gerade aktuell dabei, ähm, das zu farmen und ich glaube ich sitze jetzt schon seit zwei Wochen, ich hab halt nur ein Minion aufgestellt, der wo auch nur Level 5 ist, ähm, aber gut, ist jetzt hier nicht ganz so wichtig, genau, jetzt haben wir zum Beispiel die, äh, Quest abgeschlossen, wir haben jetzt jede Ressource schon einmal gefarmt auf jeden Fall, also man muss alles nur einmal abbauen und dann kriegt man auf jeden Fall 10, äh, Farming XP für, ähm, das nächste Level halt quasi und dann haben wir als nächstes New Object, äh, Objective, ähm, also eine neue Quest erhalten, wo wir Leder, ähm, äh, Kühe, äh, Schweine, äh, nicht Schweine und Hühner, äh, Sachen sammeln sollen und wir finden das alles hier, sind auch immer relativ viele Spieler, also, ähm, wenn euch das auf jeden Fall zu viel ist, dann, ähm, geht einfach in eine andere Lobby und, ähm, ja, dann wird man da auch irgendwo mal einen Spot finden, wo man halt nicht gerade gestört wird, ähm, was müssen wir noch sagen, Leder genau, also einmal die Kuh noch töten, in der Hoffnung, dass wir direkt, äh, Leder bekommen, genau, gut, wir haben das Leder bekommen und wir haben jetzt quasi unser Level erreicht, beziehungsweise unsere Quest erreicht und unsere nächste Quest ist das Level 5 im Farming zu erreichen und das dauert für den Anfang ein bisschen, vor allem wenn die Lobbys hier immer richtig, richtig voll sind, weil alleine mit den Karotten kriegt man halt nur 1 EP, ähm, entweder man macht das so, man rennt hier die ganze Zeit nur rum und farmt das ganze Zeug, wobei man das eh farmen muss, also ich empfehle es euch auf jeden Fall hier mal, ähm, alles abzufarmen, damit ihr zumindestens den Minion freischaltet, ähm, ja, da ist halt doch, ähm, ne Zeit dauert, wenn man, ähm, das irgendwann später im Verlauf macht und ihr spart euch einen Haufen Zeit, wenn ihr das gleich von Anfang, von Anfang an macht und alles sammelt, ähm, wie gesagt, auf jeden Fall, jeden Minion einmal, äh, freischalten, einmal craften und ein bisschen Hochlevel, damit ihr möglichst viel, viel Minion Space frei habt, aber dazu kommen wir dann auch noch später, ähm, gut, ich werde jetzt hier mal auf jeden Fall, ähm, nicht gerade großartig weitermachen, wenn ihr diese Quest abschließt, werdet ihr sehen, was, äh, danach kommt, normalerweise kommt danach eh keine Quest mehr, ähm, soviel ich weiß, ähm, und wir müssen in erster Linie jetzt, ähm, quasi, ähm, ähm, Wolle sammeln für den Carpenter, aber, ähm, dafür muss ich dazu sagen, brauchen wir erst Level 5, weil die Schafe gibt es leider erst in dem nächsten Gebiet, wo wir erst mit Level 5 reinkommen, also, ähm, seid auf, bleibt auf jeden Fall dran, ich werde das Ganze mal, ähm, ähm, ja, ein bisschen überspringen für das nächste, für die nächste Folge, um euch dann, ähm, quasi weiter zu zeigen, wie es, ähm, denn weitergeht, genau. Ähm, gut, ich werde jetzt noch ein bisschen farmen, bis die Folge, ähm, bis ich die Folge beende, und, bleibt auf jeden Fall fleißig dabei, wenn ihr nichts verpassen wollt, ähm, wie ich mich denn hier so mache, weil ich brauche doch relativ viel EP, wie ihr seht, ich brauche 1175 EP fürs nächste Level, und, ja, ist doch nicht gerade wenig, und der Dude baut hier alles auf, und ich reiße ihm alles weg, ähm, oh man, ja, ich bin ein bisschen, ein bisschen doof, ja, man kann das ein bisschen verschnellern, wenn man das alles selber wieder pflanzt, ähm, dann wachsen die schneller, ähm, ich kenne aber einen kleinen Trick, und dazu gehen wir einmal schnell auf unsere Island, und dann zeige ich euch, wo ihr auf jeden Fall noch ein bisschen, äh, mehr alleine farmen könnt, wo fast keiner hinkommt, beziehungsweise, wo fast keiner, ähm, farmed großartig, genau, ähm, oh, ich hab, ähm, die Cobblestone Collection, ähm, weiter freigeschaltet, ich bin jetzt Level 1 in der Cobblestone Collection, und hab schon mal die Minion freigeschalten, und zwar, wenn ihr hier seid, seht ihr da hinten so eine kleine Insel, äh, so eine kleine Höhle, und wenn ihr dahinter läuft, dann, ähm, nein, falsche, ich bin auf der falschen Seite, genau, New Zone freigeschaltet, die Kohle Mine, ähm, dazu kommen wir aber auch später, und zwar können wieder hinten, ähm, quasi unsere Sachen schmieden, ähm, wir haben Zugang zur Kohle Mine, und, ähm, genau, dann auch zu der Gold Mine, und so weiter, und so weiter, aber dazu auch dann erst in der nächsten Folge, auf jeden Fall, ich zeige euch jetzt einen kleinen Spot, wo ihr ein bisschen was fahren könnt, und zwar hier im Flower House, hier sind nämlich die relativ viele Karotten, hier kann man auch einmal durchlaufen, und, ähm, alles einmal einsammeln, auf jeden Fall, genau, dann farm ich das alles mal ab, hier kann man wirklich, ähm, alles farmen, kann man ein bisschen EP machen, auch wenn es bloß 1 EP jetzt ist, ähm, es ist nicht die Welt, ich hab jetzt Karotten, ähm, die Karotten Collection auf Level 2 freigeschalten, ich hab, äh, hier Pet Food, aber das ist aktuell noch nicht verfügbar, oder noch nicht verfügbar, es wird erst wieder im späteren Spielverlauf hinzugefügt, ähm, es kommen immer mal wieder Items dazu, oder, ähm, werden wieder weggenommen, weil die dann überarbeitet, überarbeitet werden, und, ähm, ja, alles andere, die werden halt dann, manche Items werden vielleicht genervt, also, ähm, gedrosselt quasi, und, ähm, ja, hier ist zum Beispiel der Hubselector, also hier kann man in den Lobby switchen, und man sieht auch, wer wo drinnen ist, wie viele Spieler drinnen sind, und, ähm, wenn man jetzt eine Lobby haben möchte, wo relativ wenig Spieler drinnen sind, sollte man halt einfach gucken, wo man da am besten reingeht, und ich zeige euch das jetzt schnell, wenn ich jetzt mal in diese Lobby reinhüpfe, dann, ähm, werdet ihr sehen, wenn ich da wieder hochlaufe, da zu der Bank, dann kann ich da wieder weiterfahren, also, es ist, ähm, ein kleiner Vorteil, um, ähm, ja, Karotten zu farmen, und, ähm, das Farming Level ein bisschen anheben, genau, hier zum Beispiel, hier sind schon, hier war vor kurzem erst einer, aber, also, ich war das nicht, ich war in einer anderen Lobby, habt ihr ja gesehen, ähm, genau, hier können wir dann auch weiter farmen, und, genau, einmal Skill Level ab, wir sind Level, äh, 3 jetzt in Farming, und Karotten haben wir jetzt auch auf Level 3 freigeschalten, also, hier kann man relativ viel machen, aber, ich werde euch das dann alles in der nächsten Folge zeigen, genau, ähm, dann, auf jeden Fall, wenn euch, ähm, dieses Video gefallen hat, wenn's hilfreich war für euch, dann lasst mir ein Like da, und, um die nächste Folge nicht zu verpassen, aktiviert auf jeden Fall die Glocke, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschaui!